ja ihr lieben herzlich willkommen zum zweiten fußball game test in einer woche und zwar geht es um pro evolution zocker 2012 aus dem hause konami leider handelt es sich jetzt hierbei um die ps3 version wir sehen das menü ja keine ahnung also online alle liegen alle pokal wettbewerbe alle möglichkeiten taktisch ganz viel alles über das menü einstellbar also da tut sich fifa und pro soloplayer angeht eigentlich alle dieselben tollen features und das sehen wir auch hier den ja den trainingsmodus hier sehen wir auch gleich eine sache die mich total anwidert in dem spiel und zwar das schusssystem ich muss sagen das werdet ihr auch noch mal sehen dass das sagen also das ganze gesamte gameplay das heißt nicht das gameplay an sich sondern dass dynamische auf den ball sich den pass an und her schieben achtet mal darauf wie schnell das hier geht und wie wie toll man kombinationen spielen kann das finde ich und das finde ich schon seit jahren sehr viel besser bei pro evolution zocker ja es ist nicht dieses typische fifa pass fehlpass beziehungsweise schnell ball abgenommen wieder zurück und so weiter ja das ist bei pro evolution zocker schon eh und je besser ja was mich sehr nervt und das sieht man hier nicht so besonders gut weil man hier natürlich keine gegenspiele hat aber was mich zum beispiel im neuen teil extrem nervt ist das schusssystem ja das heißt man muss irgendwie den 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 knopf den schuss nur ganz kurz anticken damit man aufs tor schießt damit ja damit er tut der ball einigermaßen aufs tor geht wenn man das nämlich eine hundertstel zu lange macht geht der ball fünf meter übers tor das heißt der ja der reagier oder der die präzision da ist sehr empfindlich ja und meistens also wenn man zu kurz antik kommt dann so ein schüsschen raus das klappt jetzt hier gerade natürlich vorführeffekt murphy's law ganz gut aber im spiel ist das sehr sehr anstrengend wir sehen jetzt hier den online bereich beziehungsweise die multiplayer part online und ich sag's mal so jeder der langzeit motivation in einem fußballspiel sucht wird um den online und den multiplayer bereich nicht hin hin hinweg kommen hier sieht man mein erstes spiel dass so eine übersicht der vergangenen online spiel da hatte ich einen 24 stunden diskonnect habe das 3 zu 0 verloren ja stand glaube ich 0 zu 1 also ich habe da das 0 zu 3 eingerechnet gekriegt also wie gesagt sowohl fifa als auch bei jedem anderen fußballspiel in diesem fall auch bei pro revolution zocker ist die langsam motivation von einem vernünftigen online modus abhängig man sieht hier irgendwelche wertungen die man erspielen kann und immer neue gegner und so weiter ich muss ehrlich sagen dass ich das einfach bei fifa um welten besser gelöst finde ja darüber hinaus hat man bei pro revolution zocker nicht alle lizenzen da kann man nun den jungs von konami kann keinen vorwurf machen die haben natürlich hat natürlich electronic arts über jahre exklusiv gekauft aber sie haben ein paar lizenzen sie haben also die wichtigsten mannschaften haben sie auch irgendwie die champs league haben sie exklusiv haben sie auch die spieler sehen sehr sehr gut aus das ganze spiel sieht sehr sehr gut aus aber auch die aufmachung hier guckt mal die so animiert in den trikots wie sie da stehen das sieht so ein bisschen aus wie die card von wrestling pay-per-view also richtig schön gemacht man kann absolut nichts gegen sagen ja aber wenn ich das jetzt mit dem aktuellen fifa online modus vergleiche mit aufsteigen und liegen und so weiter dann ist das eine völlig andere welt das ist einfach und da kann man sich auch nicht mit rausreden als pro evolution spieler oder fanboy dass man sagt ja aber darauf kommt es doch nicht an und so weiter wir gucken jetzt gerade mal ein bisschen aufs gameplay das problem ist einfach dass das gesamtpaket bei fifa einfach runder ist ja es ist nicht unbedingt das bessere fußballspiel aber die vielen kleinen features wie die atmosphäre wie die stadien wie der ganze online bereich wie der ganze support wie die kleinigkeiten wie die stimmung und so weiter die sind bei fifa einfach besser ja auch wenn man hier jetzt mal übrigens das tor glaube ich so ein kullerkopfball schön das sieht gut aus nicht aber warum nicht darüber sprechen das spiel an sich ist jetzt bis auf das schusssystem was ich totale katastrophe finde weil ja meistens tore fahren irgendwelche abpraller ja wenn wir nachher noch genau sehen ist das ist das spiel sehr viel dynamischer sehr viel runder man hat nicht die die ständig unterbrochenen angriffe weil es irgendwelche fehlpässe gibt oder schnelles ball abnehmen sondern man hat einfach spielerisch taktisch strategisch und von den von den ballstafetten her einfach viel mehr möglichkeiten als in fifa das problem was ich nur sehe ist halt wie gesagt der abschluss das schusssystem weil wenn tore fallen dann eigentlich größtenteils über abstauber also was das schießen angeht finde ich nicht so gut aber ihr seht schon das ganze spielfluss ist viel runder als bei fifa man hat auch viele verschiedene arten chancen tore zu schießen ja dadurch ist der spielraum in so einem game einfach sehr viel breiter ja was soll ich noch erzählen also das problem was ihr hier erzählt ich spiel mit real gegen barca ist halt dass ich das auf meinem windows pc spiele weil ich habe am anfang auch gesagt leider die pro evolution zocker ps3 version konami knauserte da ein bisschen rum und hat mir leider nicht beide versionen gestrickt das problem ist es ist schon anstrengend mit fraps zu spielen weil es teilweise ein bisschen ruckelt jetzt hier auf der konsole mit über die capture karte aufzuzeichnen ist no go ich habe in dem spiel jetzt gerade im online bereich im online modus habe ich circa ein bis zwei sekunden verzögerung dass ihr seht dass ich auch teilweise an dem gegnerin spiel einfach vorbei laufe also in so einem spiel was auch so schnell hin und her scrollt dann ein bis zwei sekunden verzögerung zu haben übrigens sehr schön da macht er trotzdem noch das 4 1 gegen mich das ist halt der tod also spielerisch ist hier von mir nicht so viel zu erwarten das war wirklich eine katastrophe da zu spielen bei der verzögerung ging halt nichts und dadurch dass das spiel so schnell ist und es ist einfach schneller als fifa und wie gesagt sehr dynamischer machten diese ein zwei sekunden schon unglaublich viel aus ihr seht auch das ihr werdet ihr auch im gameplay sehen ich laufe halt oft daneben und passe zu spät das seht ihr jetzt auch schon wieder dass dann hat man nach links gemacht und dann läuft man zurück und dann denkt er soll zurück passen also spielerisch werdet ihr jetzt hier keine glanzlichter von mir sehen darum geht es auch nicht es geht mir darum euch ein bisschen gameplay zu zeigen und ich bin nach wie vor jemand der diesen ganzen fifa gegen pro evolution zocker fanboy krieg relativ neutral betrachtet ich bin seit jahren jemand der sagt pro evolution zocker ist eigentlich das bessere fußballspiel was ich jetzt auch gerade erwähnt habe was die möglichkeiten angeht was die bandbreite angeht von spielerischen möglichkeiten die man hat das fehlt mir bei fifa ein bisschen und da ist fifa halt schon ein bisschen eindimensional aber ich habe mit nat als wir den fifa gametest gemacht haben jetzt vor kurzem darüber gesprochen und er sagt dass viele leute gerade aus seinem clan irgendwie die jetzt im fifa übrigens schöner pass von mir hier die in seinem fifa squad waren dass die gewechselt haben wieder und jetzt alle in dem moment die alle von seiner gilde oder von seinem clan im pro evolution zocker esports clan bereich waren oder team waren dass die alle jetzt zu fifa gewechselt sind und von wegen nat ist natürlich da auch sehr eindimensional und sagt ja fifa und fifa fanboy und fifa hier ich glaube dass auch das was so ist weil das hat mehrere gründe a denke ich dass man wenn man im e-sports bereich aktiv ist dass man bei fifa sehr viel mehr geld verdienen kann und natürlich auch das spektrum an spielern größer ist mehr konkurrenzkampf aber dafür gibt es auch mehr kohle zu verdienen so große firma wie ea dahinter von daher wie gesagt ich weiß nicht ob es in der pro series in der esl auch pro evolution zocker gibt dazu bin ich zu wenig im e-sports drin aber ich weiß dass es sagen wir mal in der breite für fifa einfach sehr viel mehr gibt und auch sehr viel mehr geld zu gewinnen ja das ist auf jeden fall ein dicker punkt warum die ganzen leute die vielleicht pro evolution gespielt haben und auch meinen dass es das bessere fußballspiel ist so fifa wechseln und das was ich vorhin gesagt haben ist hat auch ein ganz wichtiger faktor das gesamtpaket bei fifa ist einfach stärker ja selbst wenn man jetzt wie gesagt mich nervt das schutzsystem ein bisschen weil wir werden das da auch noch sehen bei den toren ist es halt meistens so dass die tore irgendwelche soll ich sagen glücksprodukte sind man schießt aufs tor der tor lässt ihn abklatschen und dann den den abpraller kriegt man rein ja also der das ganze schusssystem finde ich fand ich schon im letzten jahr ziemlich grottig und dieses jahr hat sich noch verschlechtert aber das macht das spiel jetzt nicht sehr viel schlechter ja sondern ja dann macht man halt was ich über flanken tore oder macht halt den abpraller rein ist halt ein bisschen schade also es fallen wirklich selten tore wo wirklich jemand aufs tor geht und einen glatten abschluss hat ich weiß nicht die tore die ihr jetzt gerade gesehen habt das waren ja auch irgendwie so abpraller und dann dreimal hin und her und so das ist so ein bisschen schade dadurch verliert das spiel was sonst unglaublich gut und authentisch ist einfach so ein bisschen aber das ist jetzt auch da das macht jetzt hier provolition joker nicht zu einem schlechten fußballspiel im gegenteil es ist immer noch ein hervorragendes fußballspiel was unglaublich realistisch ist übrigens falls ihr jetzt sagt ach scheiße ich höre gar keinen ton was ist da los aus irgendeinem grund hat mein mir die windows media in co den ton nicht aufgezeigt fragt mich nicht warum ist jetzt ein bisschen blöd also eine fußballstahl atmosphäre die kennt ihr von fifa das unterscheidet sie auch nicht ich bitte das ich hoffe dass ihr das verschmerzen könnt liebe community ja jetzt mache ich gleich noch das 2 zu 4 was eigentlich schon eine leistung ist dafür dass ich so eine verzögerung habe und das eigentlich alle meine pässe glücks produkte ihr seht schon ich drücke einfach auf gut glück irgendwie und hoffe dass da mal ein pass ankommt wie gesagt ich muss jetzt hier nicht irgendwie weltmeister werden in pro evolution zocker es ging mir da größtenteils das wieder gesagt der abschluss gesehen wieder eine sekunde zu lange gedrückt oder 100 und schon wird aus dem schuss irgendwie so ein komischer krüppelschuss ja also naja es ist ein hervorragendes spiel jetzt kommt noch mal in mein tor achtung schöner kopfball wie ich finde und dann wuppt da rein also super auch super realistisch aber das sieht ja was ich meine der torwart hält ihn irgendwie und der krüppelt dann zu uns tor also richtig schöne gerade tore ist mir jetzt persönlich aufgefallen gibt es relativ selten wahrscheinlich werden jetzt wieder die pro evolution zocker pros sagen es ist nicht nur an dir du bist ein kack noob und kommen auch vernünftiges rating und so weiter ja gut selbst für den fall dass ich ein kack noob wäre in fifa geht es ja auch anders ja von daher wie gesagt die fanboys sind dann teilweise da immer so wieder so ein tor seht ihr das da spiele ich mit deutschland gegen neapel gerade das ist wieder so ein ding ne ich schieße aufs tor er wird abgepfehl hält ihn dann der abpraller mache ich rein das nimmt dem ganzen so ein bisschen wie soll ich sagen also wenn ich ein fifa tor schieße dann freue ich mich meistens erst freue mich über die wiederholung speicher ist vielleicht sogar und man freut sich einfach mehr wenn man ein geiles tor schieße diese ständige abpraller nehmen so ein bisschen enthousiasmus raus ja liebe leute lange rede kurzer sinn während wir hier noch intensiv mein spiel gegen neapel sehen mit der deutschen nationalmannschaft muss ich einfach resümieren dieses jahr dass beides gute fußballspiele sind wie gesagt von der dynamik her von den möglichkeiten vom realismus wenn man sagt was ist mehr simulation hat meiner meinung nach pro evolution zocker die nase vorne mit abstrichen im bereich des schusssystems was das gesamtpaket angeht die langzeit motivation die atmosphäre die das wie soll ich sagen der ganze ja das das fällt unter langzeit motivation der ganze online modus ja und der macht halt und es steht ja schon wieder ein tor durch abprallern jetzt macht hier apple gerade das ganze 1 1 1 5 mal pfosten latte keeper das ist nicht schön einfach ja das ist für mich ein großer kritikpunkt ja ja bei viel von dem online mode also die 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 langzeit motivation die generell die begeisterung für ein spiel auch sich durch spannende spiele und durch viele verschiedene möglichkeiten länger für ein spiel zu begeistern ist einfach bei viel vergrößer ja da hat man einfach in diesem jahr einen ganz ganz großen sprung nach vorne gemacht auch wenn es immer noch abstriche gibt wo ich sage irgendwie die die schiedsrichter ki ist unter aller sau man ärgert sich in jedem spiel in jedem zweiten spiel hat man irgendwie eine krasse fehlentscheidung gegen sich oder irgendwie macht irgendeine kleinigkeit und kriegt dann irgendwie so ein dämliches gegentor das heißt das aggressionspotenzial man hat bei fifa zu mir ist bei mir ist immer so immer extrem das gefühl dass man verarscht wird von der ki von daher rege ich mich immer wahnsinnig darüber auf also das hat man hier zum beispiel auch nicht aber naja wie soll ich sagen also ich kann es immer nur sagen in worten von dita bohn das gesamtpaket bei fifa ist einfach in diesem jahr stärker und ich muss auch sagen dass sich der abstand von fifa zu pro evolution zocker im letzten jahr vergrößert hat während ich letztes jahr noch sagen gesagt hätte die sind auf einem niveau und vielleicht pro evolution zocker ganz knapp die nase vorne im letzten jahr da gab es viele das anders gesehen haben ich habe das letztes jahr so gesehen würde ich dieses jahr sagen dass fifa in diesem jahr schon klar vorne ist ja zum ersten mal seit langem ja naja und ich hätte gern mir noch die pc version angeguckt dann hätte ich auch irgendwie besser spielen können hier in diesem fall situation nicht gehabt hätte euch noch mehr zeigen können irgendwie auch vielleicht selber noch bessere angriffe starten und noch ein bisschen mehr von noch ein bisschen mehr von den möglichkeiten zeigen im spiel ja das muss jetzt leider abgehen jetzt macht hier gleich macht neapel noch das 2 1 es gibt noch viele weitere features zum beispiel der ganze taktik strategie strategie bereich ist im pro evolution zocker unglaublich vielfältig also man kann wirklich für seine taktisch unglaublich viel einstellen man kann irgendwie laufwege passwege wer wo wann hinlaufen soll das kann man in fifa auch aber bei pro evolution zocker kann man richtige stafetten liebe richtige laufwege und so einstellen da habe ich jetzt keinen bock ab das zu zeigen das muss ich auch ehrlich sagen als jemand der casual das aus spa spielt einfach nur ein bisschen fußball zu daddeln und online ein bisschen spaß zu haben ist mir das auch zu ja das ist mehr was für so die hardcore zocker die auch wirklich das im e-sports bereich brauchen wo jeder wo die wirklich das letzte raus kitzeln müssen für mich ist das einfach nicht so spannend deshalb erst mal hier nur gameplay es geht ja auch mit diesen gametests hier nur darum immer rein zu gucken und vielleicht euch eine kaufentscheidung abzunehmen und zu überlegen hey lohnt sich das überhaupt für mich ja jetzt seht ihr wieder irgendwie dass das 2 1 fällt jetzt für neapel über ne abgeprallt drei stationen und dann macht der schiebt dann ins leere tor rein ja so ist das liebe leute also ja mein resumé für die heutigen für das für dieses jahr 2012 pro version sogar gegen fifa dieses jahr hat und da ja die beiden versionen auf beiden also sowohl die fifa version für die ps3 und für den pc als auch oder sagen wir mal nicht nur die ps3 sondern die konsolen version zur pc version sind ja sehr sehr ähnlich und das war auch pro version zocker wesentlich besser als in fifa weil da waren die sich schon immer sehr ähnlich von daher hat fifa die nase vorn danke dass ihr dabei wart und bis zum nächsten game test tschau tschau